Joho Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. So, ich habe mal mein altes 16x16 Texturenpack rausgeholt, nachdem ich neulich ein anderes 16x16 Texturenpack gefunden habe, was mir recht gut gefallen hat. Also zumindest die Schriftart und all so ein Kram. Da dachte ich mir, hm, ich möchte doch da eigentlich auch mal wieder arbeiten, dieser Pack an den Betten von den Texturen. Also, geil. Habe ich mir gedacht, ich möchte mal wieder dran weiterarbeiten und benutze das jetzt gerade einfach mal nur, um von euch auch Feedback zu bekommen. Und zwar sieht das Ganze halt, ja, genauso ein bisschen moderner, aber genauso schlicht eigentlich aus, dass wir nur noch auf Creeper aufpassen, wie halt jedes 16x16 Texturenpack. Man hat nicht so viele Möglichkeiten, da zu arbeiten und das zu gestalten, weil sind halt nur 16x16 Pixel. Da hat man einfach nicht so viel. Ach, guck mal, da brennt ein Zombie und da hinten ist ein kleiner Creeper. Ist ja süß. Ey, der läuft über unser... Au! Der läuft über unseren Weizen. Ey, wenn du den Weizen kaputt machst, ne? Ey, ich spreng dich. Ich sag dir, ich spreng dich irgendwo da, wo... Oh! Einschlag, Tisch und Einschlag, Tisch und der letzte Schlag. Eisenschwerter sind echt super. Ähm, ja, 16x16 Texturen, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt hier so empfindet, wie ihr vom Aussehen ja mit den Texturen zufrieden seid. Ist zum größten Teil noch Vanilla, ist ein altes Texturenpack, hab ich jetzt nur mal ein bisschen überarbeitet. Ähm, passt ganz gut zu dem etwas moderneren Look, den wir hier mit erzielen werden wollen, können, tun, tun, tun. Da bin ich mir noch nicht ganz genau sicher, wie wir weitermachen. Also hier, das gefällt mir schon mal ganz gut. Das sieht eigentlich auch so schon alles ganz schön aus. Ähm, in der heutigen Folge möchte ich deswegen erstmal mich weiter um Sand kümmern. Und dann schon mal schauen, wie ich hier oben weitermache. Äh, da hole ich mir jetzt mal das Fichtenholz. Kann man dann jetzt mal hier so da hoch so eine Treppe machen? Vielleicht ist das ein bisschen was Moderneres. So wie hier halt, so moderne Treppe nach oben quasi. Ja, das ist mir, das ist zu moderner, das ist zu, so vielleicht. Schon mal nicht schlecht. Ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr es findet. Ähm, ich will in diesem Spiel so Vanilla bleiben schon, wie, also auf dieser Web schon recht Vanilla bleiben. Auf der anderen Seite, warum nicht auch ab und zu mal was Neues ausprobieren. Und da es jetzt halt Texturen sind, an denen ich selber gerade einfach arbeite nebenbei aus Spaß. Äh, nö, kann man ja mal machen. Muss man nicht, kann man aber machen. Jetzt würde ich hier gerne noch ein Oberstockwerk reinprügeln. Und ich bin, äh, das hier auf jeden Fall muss raus. Also hier, die sieht man ja eh nicht von außen. Die Stämme hier und die müssen raus und die passen da auch nicht unbedingt hin. Haben wir wenigstens wieder ordentlich Holz, dass wir notfalls verbrennen können, wenn wir halt eben was zum Verbrennen brauchen. Und es ist ja nicht so, dass wir es mühsam abgebaut haben und aufgebaut haben. Und es tut mir leid, liebes Holz, tut mir leid, liebe Zuschauer. So, ähm, apropos, liebe Zuschauer, die letzten zehn Parts, um Himmels Willen, wir sind schon bei zehn Parts, waren wieder sehr, ähm, informationsreich, sehr feedbackreich. Wir haben echt eine ganze Menge Themen durchgeackert auch und ihr habt auch eine Menge Feedback noch ergänzend gegeben. Ich habe mir heute mal ein etwas neueres Thema rausgesucht und zwar das Thema Schule. Hane! Spricht man übrigens genauso aus. Sehr gut, hat der Tarek richtig erkannt. Könntest du vielleicht mal über Schule reden, über das, was einem beigebracht wird, notwendig oder überflüssig? Vielleicht mal am Beispiel Mathe, Polynom-Division, schön, Deutsch, Analyse, etc., pp. Wird mich sehr freuen. Ja, Tarek, können wir gerne machen. Wir können da gerne mal drüber reden, über meine, liegt es aber schon ein bisschen zurück mit der Schule. Also ein bisschen sehr lange, ähm, aber man kann sich doch noch auch als alter Mensch ganz gut an diesen Horror erinnern, den man da teilweise durchleben musste. Ähm, würde euch jetzt schocken, wenn ich das sage, aber ich finde teilweise, was in der Schule so gelehrt wird, ist noch nicht genug. Äh, klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen hart, wenn ich das sage, aber wenn ihr aus der Schule, gerade aus dem Gymnasium, ins Berufsleben kommt, dann werdet ihr oft mit Dingen konfrontiert, die ihr noch nie gehört habt und noch nie irgendwie nähergebracht habt. Wenn eure Eltern sich mit Steuern, Versicherungen, Krankenkassen und all den ganzen Kram nicht auskennen und euch auch sonst nicht geholfen wird, dann entstehen da ganz schnell Fehler, die später unglaublich teuer werden können. Dass man, man wird nicht aufgeklärt über rechtliche Situationen, in die man schnell fallen kann, wie die Arbeitsämter funktionieren, all diese Dinge, ganz ehrlich, wurde bei uns zumindest im Gymnasium nie thematisiert. Und ich weiß auch, dass in Hauptschulen das Ganze nicht unbedingt immer thematisiert wurde. Und bei Realschulen weiß ich jetzt nicht so genau, aber, ähm, das gefällt mir so ganz gut. Ich bin mal am überlegen, das hier einen weiter nach da zu ziehen, damit ich so eine, in Anführungsstrichen, Asymmetrie kriege. Ähm, diese Dinge werden in der Schule nicht genügend thematisiert. Dafür werden andere Dinge thematisiert, die, klar, für viele Berufe wichtig sind, für viele Studiengänge später wichtig sind, auch Zusammenhänge. Es ist so, nur weil du dich für Biologie interessierst und du denkst, ja gut, ich interessiere mich für Bio und, äh, ich muss den Glasböck wieder kaputt machen, tut mir leid. Ähm, aber ich interessiere mich jetzt, äh, voll nicht für Physik. Da sind im Physikunterricht verdammt viele wichtige Dinge dabei, die, ah, verdammt, ähm, für die man sich unbedingt interessieren sollte, gerade wenn man sich, äh, auf den biologischen Zweig begeben möchte. Ähm, das ist nicht einfach mal so, ähm, dass man sich da, kann ich, muss ich das eigentlich, ich müssen, wir müssen jetzt wieder Schafe, wir müssen erstmal zu den Schafen, das ist ja Schaf. Ähm, das ist nicht alles so einfach. Also, der Stoff ist ganz super, es müsste sogar noch mehr Stoff geben. Das Problem ist einfach die Art und Weise, wie es gelehrt wird und die Art und Weise, wie es benotet wird. Wenn man Sachen dran nimmt, von denen man weiß, dass 99% aller Berufsbilder, hi Schaf, gibst du mir deine Wolle? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Äh, das kann ich auch, ne, hier, pass auf, da. Hier, my ass, my ass, look at my ass, my ass is amazing. Nein, ich war nicht am twerken. Das, das sieht nur so aus. Ähm, ähm, sagen wir es einfach mal so, ähm, gerade solche etwas schwierigen mathematischen Dinge, die man vielleicht nur bei 10% aller Berufe, die man da so ergreifen möchte, vielleicht braucht, wenn die drangenommen werden. Und, ähm, man hat halt selber den Ehrgeiz, ja, ich möchte das lernen und das liegt mir, wenn es einem liegt, dann, äh, ergreift man auch eher mal so einen Beruf, als wenn einem, wenn man da vorsteht und denkt, äh, Analyses, hat das was mit Anal zu tun? Also, ähm, ihr versteht, was ich meine, ähm, dass diese Sachen anders benotet werden sollten, dass man ein anderes System findet, dass, ja, absolutes Allgemeinwissen, absolut unabdingbare Sachen, die wichtig sind für alle Berufe, die, ich bin dir nicht gerade durch Schuhe, ach, du hast gefressen, während ich dich geschoren habe, faszinieren. Das sind dann Dinge, wo ich mir sage, ja, äh, bitte benoten, das ist einfach wichtig, damit die Leute sagen, okay, jetzt muss ich einfach lernen. Aber bei bestimmten, äh, gerade auch so, ähm, Gedichtsanalysen, das ist nett und das gehört auch ein bisschen zur Allgemeinbildung, aber letzten Endes, hi, Lavafall, ich habe mir noch Angst, dass der was ankokelt. Letzten Endes ist es nicht so essentiell wichtig, wie zum Beispiel Textanalysen sind schon eher wichtiger, ähm, dass man das eine vielleicht benotet und das andere nicht benotet, dass man es zwar dran nimmt und dass man die Leute darauf hinweist, für die und die Berufe, das fehlt immer, dass man in der Schule nicht erklärt kriegt, warum man die Scheiße eigentlich lernt. Gerade im Mathematikunterricht stehst du oft davor und dann viele Jahre später fällt dir auf erst ein, ach, dazu kannst du es gebrauchen und die kommt mir jetzt nicht mit Textaufgaben. Ganz ehrlich, es gibt so viele behinderte Textaufgaben, deren Sinn einem überhaupt nicht aufgeht, weil man das nicht so gut verknüpfen kann und weil die Lehrer auch nicht in der Lage sind, einem das vernünftig zu erklären. Ganz ehrlich, ich bin da nicht so ein Freund von. Ähm, ich nehme mal ganz viel rote Blumen mit, weil wir die Wolle noch rot färben müssen und weil wir auch noch glasrot färben müssen. Da bin ich der Meinung, dass man da vielleicht mal so ein Zwischending raussuchen sollte. Ja, das alles lernen, was es gibt, aber nicht alles als, als benotbares Lernen quasi bringen. Das muss man nicht alles können. Man muss darüber Bescheid wissen und ja, für bestimmte Berufsgruppen ist es wichtig, aber jede Scheiße benoten. Im Physikunterricht waren Sachen dabei, die gingen in die Astrophysik ganz allen Ernstes. Wo zum Henker, soll ich dann das mal je benutzen können? Ja, so ein paar normale physikalische Gesetze und die Sachen zum Ausrechnen und das ist alles in Ordnung und kann ich völlig verstehen. Aber wenn ich dann, keine Ahnung, über das Raumzeitkontimo ein Referat schreiben sollte, dann hört es bei mir einfach auf. Und hier finde ich es gut, weil hier sind Schafe in der Hoffnung, ich habe mich erinnert, dass hier irgendwo Schafe waren und mich einfach mal losgelaufen. Dann holen wir uns mal all die ganze Wolle. Wir sind schon wieder am Hungern. Das gefällt mir überhaupt nicht. Waren hier noch zwei Schafe? Oh, da drüben sind viele Schafe. Sehr gut. Dann sollten wir euch vielleicht auch das nächste Mal nähern. Aber ich glaube, Schafe muss man inzwischen mit Kartoffeln züchten. Bin ich mir nicht sicher. Oder mit Moorüben? War es mit Moorüben? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas war da noch. Bei Schweinchen auf jeden Fall läuft das jetzt anders. Vielleicht mögen die ja auch Weizen. Das weiß man ja nicht. Das mit der Schule finde ich halt echt schwierig. Also, dass da alles benotet wird. Ich weiß nicht, ob ihr da meiner Meinung seid. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich persönlich finde halt viele Dinge in Anfangstrichen nicht unnötig, sondern unnötig gewichtig. Nennen wir es einfach so unnötig gewichtig. Und dann fehlen halt essentielle Dinge wie vielleicht mal Leute darüber aufklären, wie das mit den Steuern funktioniert. Ganz ehrlich, gerade YouTuber putzeln da oft rein. Sind halt nicht angemeldet als Freiberufler beim Arbeitsamt oder gewerblich, wenn sie da ein bisschen gewerblicher arbeiten, sodass man da plötzlich, wenn das Arbeitsamt sich dann wundert oder wenn irgendein Amt auf einen zukommt, gerade die Steuer oder die Banken fragen, wo verdienen sie plötzlich das ganze Geld und man ist nicht angemeldet, dann hat man eine fette Steuerrückzahlung. Das ist nicht gut. Und warum? Weil das gehört zur Allgemeinbildung. Die Sache ist einfach, man kriegt das nicht immer. Man hat nicht immer Eltern, die sich damit bestens auskennen, weil die Ewigkeiten schon in der Angestelltenverhältnis rumhängen und keine Ahnung haben. Es ist auch so, dass, ich kann euch übrigens Videos auf YouTube, gerade Semper-Video und so, von den Informationen her, ist echt super, um das Allgemeinwissen aufzufrischen auf diesen Gebieten. Das ist echt krass, dass man dann da von der Schule, wird man ins Arbeitsleben gedrückt, hat keine Ahnung, was das Arbeitsamt von einem verlangt, wie das Ganze funktioniert. Der Papierkram, alles, da fühlst du dich wie bei Asterix und Obelix, dass du Passierschein A38 brauchst, wenn du irgendwo bei einem Amt mal irgendwas haben willst. Alleine schon, dass man nicht darauf hingewiesen wird, dass man einen Personalausweis haben muss ab einem bestimmten Alter, dass man schon mit 16 sich eigentlich einen holen kann und dass man schon mit 16 einfach einen Personalausweis mit sich rumschleppen kann, sollte und es ist einfach Vorteil, das zu haben, weil man sich immerhin als 16-Jährig ausweisen kann damit oder als die Person, die man ist. Das sind alles so Dinge, die in den wenigsten Schulen, das weiß ich einfach, sie werden einfach in den wenigsten Schulen thematisiert und ich weiß nicht warum, weil es gibt eigentlich keinen Grund, da dieses Thema so weit außen vor zu lassen. Ich will mir nicht, ich glaube, ich will das jetzt noch eine Riege hochziehen. Ich will das nicht noch eine Riege hochziehen. Keine Ahnung. Was habt ihr da für Erfahrungen damit gemacht? Haben eure Lehrer euch da großartig drauf hingewiesen in der Schule, wie das läuft? Findet ihr das auch besser, wenn man nicht so übertrieben benotet werden würde für diese ganzen dämlichen Sachen und Fächer? Musik zum Beispiel, Musik gehört zur Allgemeinbildung, es ist einfach wichtig, ein bisschen darüber Bescheid zu wissen. Aber muss man es deswegen unbedingt benoten? Die Leute, die keinen Bock haben, das zu lernen, die vergessen es eh wieder und wollen es nicht lernen und die, die sich anfangen dafür zu interessieren, die interessieren sich dafür. Man kann Leute durch Noten nicht dazu zwingen, etwas besser oder toller zu machen oder besser zu finden. Höchstens bringt man sie in Stress und Hausaufgaben, im Prinzip hier sind wir ein ganz streichen. Ich meine, ich kenne, dass Menschen arbeiten zehn Stunden am Tag und kriegen Geld dafür. Da weißt du, was du gemacht hast. In der Schule arbeitest du auch zehn Stunden am Tag. Musst ja mit Rechnen, mit Anfahrt und Rückfahrt und Hausaufgaben und manchmal elf, zwölf, dreizehn Stunden am Tag. Dann isst du, lernst du, isst du, schläfst du. Und das ist kein Leben für einen Teenager, der in einem Alter der Selbstfindung ist. Das ist so psychologischer Bullshit, die Schule, was das angeht. So, jetzt haben wir die ganze Zeit lang nur über die Schule geredet. Wie ist denn das bei euch mit der Schule? Fandt ihr doof, findest ihr geil? Wie geht es denn euch da eigentlich für eure Lieblingsfächer? Was ist bei euch jetzt gerade so aktuell das Nervigste? Dass man jetzt zum Beispiel gerade wieder keine Ferien hat? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Thema Schule. Und ergänzend natürlich auch gerne noch Fragen, worüber wir weiterreden sollen. Ich finde es immer super, wenn ich ergänzend Fragen bekomme zu einem Thema, das wir schon hatten. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Und ich lege mich jetzt in die Feder. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Your Daily Dose Minecraft. Bis dahin. Bye.